Ja, mich motiviert jeden Morgen, ich darf die Familienfirma, habe die Ehre von meinem Vater übernehmen mit meinem Geschäftspartner Manel Kajau, der auch dann der Mann meiner Schwester ist. Das heißt, es bleibt in Familienhand und was mich besonders motiviert, ist den Aufbau des Teams. Wir haben eine tolle bestehende Technologie, die wir weiterentwickeln. Wir haben tolle bestehende Kunden- und Lieferantenbeziehungen und ich darf digitalisieren, ich darf Kundenbeziehungen prägen und vor allem ein Team ausbauen. Wir sind jetzt in den letzten drei Jahren von zehn Mitarbeitern auf knapp 30 gewachsen und da natürlich die Personalsuche ist auch eins meiner Steckenpferde und macht mir sehr viel Spaß. Die Chancen für die Region liegen in der Energiewende. Wir sind das Energieproduzentenland überhaupt in Hamburg, in Schleswig-Holstein. Wir genießen die Nähe zu Hamburg. Natürlich haben wir auch als Arbeitgeber Konkurrenz in Hamburg mit großen Arbeitgebern. Wir haben aber auch viele Händen Champions in Schleswig-Holstein, gerade im Bereich des Unternehmensverbandes. Und ja, wir sehen die Chancen, die Energiewende steigt vor allem. Wir haben Wasserstoffthemen viel in Schleswig-Holstein, wir haben die ganze Windenergie, wir haben die Transportdinge und das müssen wir uns international und auch deutschlandweit nicht verstecken.